Ich bin Worschtorn, bin 17 Jahre alt, ich bin Torwart. Meine bisherigen Vereine waren der Turs Bonhoff und die SG Schluchse. Mein Vorbild ist Marc-André Terstegen. Meine Mannschaft bei FIFA ist Borussia Dortmund. Meine persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln und versuchen, den Profifußball zu spielen. Meine Ziele mit der Mannschaft sind der Nichtabstieg und auch gute Punkte in der Rückrunde zu holen.